Jetzt ist das Wetter definitiv auf Winter eingestellt. Heute Donnerstag fällt erstmals bis tief ins Flachland Schnee. Heute Donnerstag erwacht die Schweiz vielerorts erstmals in dieser Jahreshälfte in einem weißen Gewand. Gemäß den Wetterdiensten wird bis auf 400 Meter runter mit bis zu 15 Zentimeter Neuschnee gerechnet. Der Bund hat darum eine Schneewarnung bis heute 18 Uhr herausgegeben. Hintergrund ist eine Warmfront eines Tiefs über der Biske, das die Schweiz von Westen her erreicht, so Meteonews auf Anfrage. Sie sorge besonders in der Deutschschweiz und im Flachland für den Wintereinbruch. Bevor der Schneefall in Regen übergeht, muss verbreitet mit etwa 5 bis 20 Zentimetern Neuschnee gerechnet werden. Der Neuschnee im Flachland dürfte ausreichen, dass die Straßen teilweise schneebedeckt und damit rutschig sind. Am Morgen können so im Berufsverkehr teilweise größere Verkehrsbehinderungen entstehen. Es ist auf jeden Fall ratsam, mehr Zeit für den Arbeitsweg einzuplanen. Wenn möglich sollte auf die öffentlichen Verkehrsmittel ausgewichen werden, heißt es bei Meteonews. Wer nicht auf den ÖV ausweichen kann, dem rät der TCS vor allem die Geschwindigkeit anzupassen. In anderen Worten, beim Fahren auf Schnee, langsamer fahren. Weiter sollte laut Mediensprecherin Vanessa Flack genügend Abstand zum nächsten Auto gehalten werden. Der Bremsweg auf Schnee ist länger, schreibt sie in einer E-Mail. Flack betont, dass der erste Schnee im Unterland jedes Jahr meist überall zu Verkehrsbehinderungen führe. Sie erklärt, zum einen passen viele korrekterweise ihre Fahrweise den Umständen an, was zu einer Verlangsamung des Verkehrs führt. Zum anderen entstehen wegen der rutschigen Verhältnisse auch eher Unfälle, weil andere wiederum ihre Fahrweise nicht angepasst haben. Wie geht es nach dem ersten großen Schneefall in diesem Winter weiter? Kurzantwort, das Wetter bleibt winterlich. Nach einem mehrheitlich regnerischen Freitag fließt in der Nacht auf Samstag dann wieder kalte Luft nach. In den Alpen warnt der Bund aufgrund der großen Neuschnee-Menge nun sogar vor erheblicher Lawinengefahr. Es gilt die Gefahrenstufe 3 von 5, in einzelnen Walliser Regionen sogar die Stufe 4.